so marco und rolander fahren jetzt vor und ich gucke mir das spiel mit den beiden jetzt gleich mal von hier hinten an roland ist anscheinend nicht da ich weiß nicht wo geblieben ist sven kannst du wieder reden ja noch die fahren wir die strecke einfach geradeaus weiter holstein bialystok hallo ja man hört dich und gerammt dann können wir eigentlich noch mal report noch einer der carlos ist hinter dir wie die carlos und ich habe jetzt auch 50 eingestellt und da kommt noch eine vorbeigeschossen der xenon ut hosting jetzt stellt er sich hier quer dann machen wir mal einen haben sie auf dem abgesehen alle drei die hohe hey einen wunderschönen guten abend ich wollte nur besetzt kommt gleich wieder ne ja so viele leute brauchen wir einfach nicht naja gibt es immer so welche idioten ok der xenon blockiert der fährt nicht weiter ja reporten mir reicht es jetzt ich fahr mal mit nach vorne hin dass ich das auch mit auf video habe und welcher weiß er ist weg i-un-xenon uthorsting.de nein die nummer brauche ich 454 er fährt weiter jetzt ja was motor krank der typ kann doch nicht mal deutsch mann 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 fahrt alle vor ich bin jetzt nicht nur der motor krank auch das getriebe bei dem typen ist sein gehirn krank das ist ja so halbwegs das getriebe bei ihm ist alles krank was sind denn da für spinne hat sie bewegt alle nicht immer schön was reagiert einfach nicht mehr drauf ähm Daniel setzt sich mal vor ihnen und bleibt mal stehen Rommi gibt Gas geradeaus weiter Gas Daniel und er steht wieder und er steht wieder auf ey das sind doch Kinder die im Kinderheimlauf gewachsen sind ey unter strengsten Sicherheitsregeln ja weiter reporten ja Achtung Killer ich lebe mal kurz 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 damit ich an dem Typen vorbeikomme Bin da jetzt denkt rein ich stehe hinter dir hier steht ja schon wieder an wer ist das der Killer oder was ach natürlich ich glaub den Killer müssen wir auch bearbeiten nein den uns spielt hier irgendwie ja Daniel kreuzung geradeaus ich muss nicht mitfahren mega seid ihr kreuzung geradeaus immer geradeaus ja immer geradeaus ich komm leider nicht ganz hinterher wegen diesem Typen da Ende von uns ok oh Standbild Standbild ich hab Standbild ne ich fahr wieder ich fahr wieder Daniel fahr vorbei Daniel fahr vorbei also wie die Tempo 60 hab ich jetzt so ja ich bin wieder da wo seid ihr jetzt ungefähr ja einfach die Straße war der geradeaus gefahren noch nicht sehr weit das geht nicht so schnell wir haben immer noch unsere Verfolgten wir haben und auch King der weiß auch nicht Bexpexi 34 Murmö sei gegrüßt sollst du hinter mir sollst du hinter mir fahren oder was Matze ich habe gefilmt kommt auf YouTube ja du kannst mitfahren wer fährt jetzt nochmal hinter Brummi her wer fährt jetzt nochmal hinter Brummi her ok Daniel legst du fährt vorein oder was oder haben wir da den Kordel es geht darum zu klären ob aha Lord ja ja mir ist der Idiot da hinten rein dabei habe ich mich verhakt sorry ähm Brummi der hat hier eben den einen mit mir aufgehalten erst mal ja ja es geht nur jetzt darum um Daniel ob der jetzt normal fährt ich bin der letzte und bitte haltet dich daran wie die ja die Landstraße folgen immer der Landstraße folgen Richtung Olsden Bialystok wir haben hier eine klare Regel dass ich das Schluss ich spiele ich bleib stehen und überhole mich Konvoi ist weg Scheiße dann gebe ich wieder Gas die schreib ich gleich äh ich werde überholt Janika oder bist du der Kordel dann weißt du sie doch eh äh ich schreib die gleich nochmal unten im Chat im Live-Chat werden wir mal wieder halten kannst reinkommen Daniel danke ja der King-Jong-Jonathan überholt wieder der ist jetzt dritter in der Reihe ja der Idiot hat mich vor geraten der Fett gerade an die Horsten vorbei überholt Carlos auch noch und da hat's geknallt toll ja aber von Seite 3 und bleibt wieder stehen so jetzt müsste eigentlich Max und Co hinter mir sein ja macht das weiter ja ja wie wie gibt es solche nicht ärgern wundern das ist schon zu spät der Spruch sorry der Junatan kommt wieder von hinten mhm wenn du eine Leitplanke hast dann einfach mal nach links rüber ziehen und dann gegen eine Leit ich bin hinter dir ja wer ist ich wer ist ich ah ok 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 ich jetzt ich ich rüber ich k ich mich wo ich ich es nicht Achtung, der steht da. Ich bin schon mühscht, der könnte. Ja, warte kurz auf. Didi? Ja? Der Tankmangel, der ganz vor dem Kars noch fährt, mit dem Rang zum WGCC-Trailer gehört auch zu uns. Ja, das ist der Marco. Ich witzel. Achso, okay. Dieser King kommt wieder an. Ja, das macht er alle rasend. Der wartet, überholt und der wartet. Ja, solange er überholt. Solange er keinen Rand. Da hat er sich ja mittlerweile eingekriegt, oder? Sein Getriebe funktioniert wieder mittlerweile. Ich kann ihn hier nochmal auflaufen lassen. Ich drücke mal auf Save, das funktioniert ganz gut. Schnell speichern, oder was? Ja, genau. Da steht er hier. Sauber, Matze. Tja. Der macht die lange. Gibt kein Passwort. Gibt kein Passwort. Gibt ja was noch Harald Schrenkel mitmacht. Wenn der einen Conway macht. Hat ja noch schlimmere Leute da. Ja, wir wissen es. Fireflyer. Und Konsorten. Fortfilm. Faforfen kommen nie wieder. Die kommen ja immer wieder. Na komm. Schade. Geht doch. Ja? Wieso? Hast du ihn eingeklemmt, oder was? Och, der hat sich gerade dreimal überschlagen. Glaub ich gar nicht. Spielt er Lkw-Pingpong? Jo. Ne, der hat sich schlafen gelegt. Oh, ja kleine Kinder gehören ja auch schon längst ins Bett. Ja, wisst doch, dass das traurige ist. Die stellen dann im Real Life irgendwann mal vor dir. Wissen gar nicht, was sie sorgen sollen, wisst du? Ja. Aber im Internet haben sie halt einen ganz großen großen... Ja, die Anonymität des Internets macht sie zu solchem Scheiß fähig. Genau. Ja, alles Leute mit Winderwertigkeitskomplexen. Wenn die vor einem stehen würden, glaub mal. Ich bin da eiskalt. Ich würde nicht zögern, eins dieser Scheiß-Kinner da mal so schön in den Arsch voll zu versohlen. Frag nicht nur Sonnenschein. Was ich von meinte, genau. Und zwar wir live. So, jetzt der Nächste, der vor Brummi fährt. Gleich einmal bitte nach links rüberziehen, wenn er neben euch ist. Mit dem Trailer. Der Daniel ist das. Was? Ich sag dir wann. Wenn's der Daniel nicht schafft, mach ich's. Slatsch. Vorsicht. Aber das macht gleich noch gar nicht Spaß. Man geht immer rausflitschen müssen. Wenn ihr hätten Spaß habt, ey. Die vorne ist Tote Hose momentan. Ich schwör's nicht. Ja, der Konvoi hier unten hatte. Das ist richtig. Weiß ich im Moment nicht. Versuch's mal mit Konvoi klein. So wie's oben steht. Oder mit Weekend. Idiots. Regenverkehr. Rulort, Vorsicht. Und der ist hier. Der Verkehr. Hört sich hier mit dem Parkplatz, den ich grad gesehen hab. Matze, bist du das? Ja. Eigentlich sollten wir ja nach Olsten und nicht nach Lodge, echt. Okay, das war knapp. Sorry. Nein, ich meinte grad mit dem Gegenverkehr, aber es knapp, Matze. Och, das passte noch. War alles schon gut. Oh Gott, ist so gut. Äh, Marco, guck mal, da muss gleich eine Bahn kommen, wo es dann wieder hoch geht, nach Olsten, oder was? Sauber! Ja, weil wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen durch das Chaos hier. Ich hab nur was Oranges im Glücksspiegel gesehen. Ich hab gesagt, da musst du mal rüberziehen. Guck mal, ob da was von Bialystok. Eigentlich müsste Warschau da stehen. Nehmen wir Warschau, Bialystok. Und dann machen wir da über die Landstraße weiter. Er tut sich ja selber damit reingefallen, dass er knallorange lackiert ist, ne? Fährt sofort auf den Spiegel. Genau. Kann man den nicht bannen, das ist doch. Ja, weil wie immer die Admins nicht reagieren. Ja, aber die schlafen wieder. Ja. Ach, liest du, ne? Achtung, Daniel. Es brennt sich. Gegenverkehr. Meinst du, komm rein, wenn Gegenverkehr kommt? Ja, sag mal, so ein bisschen Luft gerade. Hier kommt ein ganzer Konvoi. Komm rein. Killer, was findest du nicht gut? Daniel, ach, du und jetzt kommt aus. Ich hab gemerkt. Also aufpassen, ein Konvoi, Gegenverkehr. Das war ein ganzer Konvoi. Ne? Ja, ich seh's. Vorsicht, ihr steh. Achtung, Daniel, ich bremse. Kommt noch einer, Gegenverkehr? Specialist. Einfach, ihr sollt über die Brücke rüber, dann links rein Richtung Warschau. Ähm, Leute, ich darf mich einmal nach Lotz teleportieren. Ich habe über 30%. Oh, scheiße. Ohne links, alles dran. Über die Brücke rüber, dann links. elimination Accounts Inanna. K zrobić 這個. Weiter geht's mir über die Brücke. Ihr könnt euch mit, der die Brücke rüber